Zuletzt haben die Aktienmärkte spätestens nach der Klarstellung von Fed-Chef Jerome Powell in seiner Rede von Jackson Hole wieder einen Ausverkauf erlebt. Dieser hat jedoch, anders als in der jüngsten Vergangenheit, die Kryptomärkte nicht mehr so sehr getroffen. Der Bitcoin als Mutter aller Kryptowährungen konnte von den Bären bis dato noch nicht auf neue Verlauf-Tiefs gedrückt werden. Und einige andere Kryptos, zuletzt zum Beispiel der zu Ripple gehörende XRP, hoben sogar kurzfristig ab. Befindet sich der Kryptomarkt etwa gerade in einer Bodenbildung, so wie zuletzt im Jahr 2019? Diese Frage lässt sich derzeit nur mit einem klaren Jein beantworten. Grundsätzlich ist die zuletzt gesehene Kursentwicklung durchaus positiv. Denn keine neuen Tiefs geben den Kryptos tatsächlich die Chance auf eine Bodenbildung. Eine solche wäre die Grundvoraussetzung für bald auch wieder steigende Kurse. Aber so weit sind wir noch nicht. Es besteht durchaus noch die Gefahr, dass auch die Kryptos noch einmal ausverkaufen. Nichtsdestotrotz gestaltet sich die Lage auf dem Aktienmarkt wesentlich dramatischer. Bereits in der Vorwoche begannen einige Permabullen zu kapitulieren. Dies könnte das Signal sein, dass es an den Aktienmärkten noch einmal zu einem finalen Ausverkauf kommen wird. Dieser könnte für bis zu minus 20 Prozent in den großen Indizes führen. Etliche Einzelwerte, gerade die ehemaligen Highflyer, würde das eher noch härter treffen. Einer der Verlierer an der Börse war jüngst sicherlich die deutsche Hypoport-Aktie. Die sprunghaft gestiegenen Zinsen wurden Hypoport zum Verhängnis. Das Ergebnis, die Jahresziele werden ausgesetzt. Diese Meldung versetzte die Aktionäre von Hypoport in eine Schockstarre. Das Unternehmen teilte kürzlich mit, dass man aufgrund der schwachen Nachfrage nach Immobilienfinanzierungen seine Jahresziele anpassen müsse. Dabei könne das Management nicht voraussehen, ob Verbraucher bei privaten Immobilienfinanzierungen zurückhaltend bleiben oder sich die Lage im weiteren Jahresverlauf verbessert. Dementsprechend hat der Konzern keine neue Prognose abgegeben und bleibt weiter zurückhaltend. Im Anschluss brach der Aktienkurs völlig ein, wodurch die Aktie letztendlich 46 Prozent niedriger schloss als am Vortag. Somit erstrecken sich die Verluste der Hypoport-Anleger auf Jahressicht gerechnet sogar auf 86,5 Prozent. Folgt man dem Statement des Managements, so blickt der Konzern auf eine aktuell sehr schwache Nachfrage nach den Produkten in der privaten und institutionellen Immobilienfinanzierung sowie im Corporate-Finance-Geschäft. Der Hintergrund dessen sei das zögerliche Verhalten der Kunden infolge des sprunghaften Zinsanstiegs, extremer Inflation sowie verbreiteten Rezessionsängsten. Positive Nachrichten hingegen vermeldete der kanadische Brennstoffzellenhersteller Ballard Power in den vergangenen Tagen. Ballard Power hat mitgeteilt, dass das Unternehmen einen Vertrag mit der Stadler Rail AG hinsichtlich der Lieferung von Brennstoffzellenmotoren geschlossen hat. Konkret umfasst die Lieferung demnach 6 100 Kilowatt Motoren für den Antrieb des ersten Wasserstoffzuges in den Vereinigten Staaten. Laut Mitteilung erhielt Stadler einen Auftrag zur Lieferung des wasserstoffbetriebenen Zuges von der San Bernardino County Transportation Authority. Dabei ist von einer Option auf weitere Züge in der Zukunft die Rede. Der Zug soll 2024 in San Bernardino, Kalifornien zum Einsatz kommen und gut 100 Fahrgäste aufnehmen können. Finanzielle Details dazu hat Ballard bisher nicht veröffentlicht. Daher lassen sich trotz beobachteter Kursausschläge noch keine belastbaren Aussagen zur Ballard Power Aktie machen. Doch auch eher verhaltenen und skeptischen Beobachtern des Wasserstoffsektors ist die Signalwirkung des oben skizzierten Auftrags nicht entgangen. Denn wenn sich der Energieträger auf der Schiene nachhaltig durchsetzt, könnte dies langfristig viel Potenzial für die Kanadier bedeuten. Anders ausgedrückt, sollten sich sogenannte Wasserstoffzüge etablieren, dann hätte Ballard Power auf dem großen, unübersichtlichen Wasserstoffmarkt zumindest in einem Segment gute Karten. Zumal der Auftrag in den USA bestens in die Zeit passt. Denn von der wirtschaftspolitischen Stimmung her steht Nordamerika kurz vor dem Aufbruch ins Wasserstoffzeitalter. Erst vor wenigen Tagen hat das US-Energieministerium den Entwurf einer nationalen Strategie und eines Fahrplans für sauberen Wasserstoff veröffentlicht. Ebenfalls gute Nachrichten gab es vom Autohersteller BYD, eine der beliebtesten Aktien im Bereich Elektromobilität. Wie der Branchendienst IT Times zum Wochenstart vermeldete, hat BYD nun einen Rahmenvertrag mit Castrosua, einem Spezialisten für die Montage von Omnibussen in Spanien, unterzeichnet. BYD und Castrosua werden demnach zusammenarbeiten, um in Spanien Elektrobusse mit einer Länge von 12 Metern speziell für den spanischen Markt zu produzieren, so der Bericht. Castrosua verfügt laut BYD über eine langjährige Erfahrung in der Branche und über alle Ressourcen und Technologien, um die breite Einführung von Elektrobussen in Spanien voranzutreiben, wird der Hersteller zitiert. Der erste BYD Castrosua Elektrobus befindet sich demnach bereits in der Entwicklung und soll in Kürze für den Betrieb unter den CE-Vorschriften verfügbar sein. Optimiert wurden laut IT Times Reichweite, Batterielebensdauer und Leistung. Die Reaktion an den Märkten war dann auch durchaus positiv. Auch der alteingesessene deutsche Konzern Heidelberg Zement will nun mit dem Thema Nachhaltigkeit bei den Anlegern punkten. Der Traditionskonzern hat hierzu ein Rebranding in die Wege geleitet. Demnach hat Heidelberg Zement seinen Markenauftritt geändert und präsentiert sich jetzt als Heidelberg Materials. Gerade in diesen Zeiten ist das durchaus ein erfreulicher Pluspunkt, denn Heidelberg Zement steht aktuell schwer unter Druck. Die Aktie liegt auf 12 Monatssicht mit 31% im Minus. Der Grund, der Baustoffkonzern wird durch die hohen Energie- und Rohstoffkosten belastet. Für die Heidelberg Zement-Aktie ist das Rebranding, aber vor allem der unbedingte Wille in Sachen Klimaschutz besser zu werden, also ein starkes langfristiges Signal. Die Heidelberger verschaffen sich damit nämlich ordentlich Zukunftsfähigkeit. Erste konkrete Projekte in diese Richtung sind bereits eingeleitet worden. So will man bei der Zementherstellung verhindern, dass das Treibhausgas Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt. Im Prinzip ermöglicht diese neue Technik, das CO2 direkt am Emissionsort, zum Beispiel in der Zementfabrik, einzusammeln und zu speichern. Anschließend kann das Treibhausgas dann entweder in der Industrie weiterverwendet werden oder entgelagert werden. Hierzu planen zum Beispiel Deutschland und Norwegen eine Pipeline, die das deutsche CO2 in das skandinavische Land bringen soll, um dort unter der Nordsee in alten Gas- und Öllagerstätten seine letzte Ruhe zu finden. Heidelberg Materials jedenfalls sieht sich beim Thema CO2-Abscheidung als Vorreiter. So hatte der Konzern schon Ende 2020 den Bau der weltweit ersten CO2-Abscheideanlage im industriellen Maßstab in einem Zementwerk angekündigt. Im Mittelpunkt der Standort Brevik, ebenfalls in Norwegen. Die Anlage soll 2024 in Betrieb gehen und dann eine Verringerung der CO2-Emissionen in dem Zementwerk um 50 Prozent bewirken. Und erst vor wenigen Tagen stellten die Heidelberger ein Abscheideprojekt in den USA vor. Dieses soll noch größer sein als das in Norwegen. Dabei darf sich der deutsche Konzern auf Unterstützung der US-Behörden einstellen, die entsprechende Machbarkeitsstudien mitfinanzieren. Das kommt freilich nicht von ungefähr, hatte US-Präsident Joe Biden den Klimaschutz im eigenen Land bereits im Wahlkampf ganz oben auf seine politische Agenda gesetzt. Heidelberg Materials bekommt also wichtige staatliche Rückendeckung, um die hohen Investitionen etwas abzufangen. Übrigens nicht nur in den USA. Auch andere Regierungen zeigen sich hier durchaus spendabel.